guten tag hier ist der guzua wieder ich bin immer noch im one million loot clown und hab gerade noch einen angriff gemacht ich würde euch den gern noch zeigen aber erst mal gucken wir ein richtig geiles ding rein von blackbird und zwar mal 5k dlx 5k klar nur barge aber echt 5k jetzt gucken wir wirklich ich habe selber nicht gesehen was es wird schauen wir mal ob das hier richtig richtig fett wird sammler und minen richtig proppevoll ich bin echt gespannt die queen lässt sich bis zum schluss wohl denke ich mal weil sonst wäre die jetzt schon irgendwie reingekommen ja hier schon richtig amok richtig krass ja den hier holt er auf jeden fall einwandfrei der der bohrer ist weg und dann richtig sehe ich genauso richtig dann probieren ob man vielleicht den bohrer bekommt einwandfrei super taktik mit dem blitz in dem fall wirklich wie gesagt jeder kann da anders drüber reden ich bin der meinung blitze sind zum benutzen da fertig aus wenn mich einer weg blitzen würde würde ich sagen ja ist halt so ist ein teil des spiels somit hat er noch schön die 4k dunkles geholt einwandfrei super geiles ding aber wie gesagt das scheiden sich ja eh immer so die geister wie gesagt manche sagen aus savage 7 darfst du keinen angreifen bzw wenn dann nur das radhaus wegnehmen und zwar dann sofort das sieht halt jeder anders so facemaster haut hier raus lasse ich mal nebenbei laufen aber wie gesagt wie seht ihr das also ich bin halt wirklich der meinung das ist halt einfach mal es ist ein spiel so warum soll ich mich da jetzt hinsetzen und sagen naja da gibt es ja irgendwie die regel dass das so und so wäre ganz ehrlich ich meine wenn ich jetzt zum beispiel mein dunkles elixir raus stelle und damit eben glück habe und mir halt wirklich manche einfach nur ein paar pokies schenken im oberen bereich ist das cool aber es heißt doch noch längst nicht dass es dass es so sein soll hier mein dunkles elixir steht draußen was greifst du mich denn an wie seht ihr denn das da würde ich gerne mal von euch die meinung dazu haben weil ich bin der meinung da gibt es nicht irgendwie einen ehrenkodex oder sowas ist meine meinung so jetzt haben wir hier aber noch ein king der noch schön rambazamba machen kann ok da hast du gesagt gut ok komm das nehme ich noch mit und dann ist in ordnung du hättest aber ansonsten eventuell auch das taum mal probieren können aber hast damit deine 50 gemacht einwandfrei läuft auf jeden fall so the facemaster hat man ja das kann man so akzeptieren wenn es dann geholt wird gebatscht wie gesagt wir gehen dann wieder auf zwei weil klar ist kann man oder beziehungsweise auf vier kann man natürlich akzeptieren ganz klare geschichte aber wie gesagt ist halt nett zu sehen aber ist halt glück gewesen sage ich mal wirklich beatschen ist halt glück irgendwann kommt es halt und gut ist und jetzt haben wir den king noch genau da machst du dann bestimmt noch deine 50 prozent gerade so voll gerade so war aber ich meine von der zeit her müsste es dann wirklich noch passen das ist gerade so alter wird eine richtig knappe kiste siehst du ja ne ja passt schon alles gut loot war ja in ordnung das passt so nice auf jeden fall von madmax ja auf jeden fall auch aber halt auch nur barge wie gesagt lassen wir wieder durchlaufen wie gesagt wie seht ihr das was was sagt ihr dazu, soll man Bartsch überhaupt noch zeigen oder sagt ihr, ach kommt, das ist jetzt irgendwo abgedroschen. Für denjenigen, der den Loot sozusagen hatte, ist es natürlich echt eine richtig coole Nummer, aber irgendwo ist es ja wirklich nur, okay, ich setze da meine Truppen, das ist nicht so wirklich schwer, oder? Also da sehe ich natürlich eine gut ausgeführte Go-Wipe oder ich sag mal, nur Hox, sehe ich natürlich da dann auch viel lieber irgendwo, da hat man irgendwo auch einen gewissen Reiz da dran und noch, so sehe ich das. Wie seht ihr das? Haut da bitte mal eure Meinung dazu raus, Papa Schlumpf. So, das ist wieder was, 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 was wieder ganz anders aussehen lässt. Wir haben die Riesen, aber ohne Mauerbrecher, ist eine Tricky-Kiste. Sind wir mal gespannt, was da passiert. So, das möchte ich jetzt mal genauer sehen. Klar, hier sehen wir halt wirklich von drei, genau, der Bogenturm, zwei Kanonen, das war, ich dachte nämlich auch gerade, was, Alter, er hat ein Heal drinne und dann geht trotzdem Riese down und dann guckt man aber, oh ja, dreimal Einzelschaden, das haut natürlich ordentlich rein. Hier hätte es jetzt gar nicht Not getan, oder? Wie, wie, ich, ich möchte mit euch quatschen, ich will, ihr sollt antworten, schreibt, schreibt, schreibt. Also, wie, was sagt ihr? Hier hätte es wiederum gar nicht so Not getan, oder? Weil, wir haben hier nur Fläche, da lachen die Riesen drüber. Da hätte der, der gar nicht sein müssen, der, der hier in dem Bereich. Aber mit dem Einzelschaden richtig gut gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Zumal Kasi oder Zasi, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber, ähm, ich habe bis jetzt von dir auch noch keine Wiederholung, glaube ich, gesehen. Also, von daher das erste Mal. Äh, cool. Ah, sehr geil. Ihr seht es dann in einem Video. Äh, das ist geil. Das ist geil. Ja, jetzt lache ich. Ihr werdet es dann sehen. Warum? Na, okay, hier dann auch dreifachen Schaden plus dreifachen, äh, Flächenschaden und dann sogar doppelter, äh, Einzelschaden. Also, das ist schon ordentlich. Ja, das, ich meine, du hattest nur einen, da, da kann man dir jetzt keinen Strick draus drehen und sagen, äh, naja, warum hattest du denn einen? Der war halt da und fertig. Äh, dann kann man natürlich auch probieren zu nutzen. Klar. Logisch. Und guck mal, jetzt, hier, hier ist natürlich noch einiges an Einzelschaden, aber dann wird's langsam weniger und dann, äh, ist es auch eine, eine leichtere Kiste, ganz klar. Alter, wir haben hier noch 200, in den drei Minen sind 225.000 Gold. Alter Verwalter. Exakt die Hälfte ist noch zu holen. Und es sind nur drei, da denkt man sich, ja, na komm, drei Minen ausgelassen. Ja, äh, über 200k. Geil. Schön. Äh, beide Teslas weg. Richtig gut. Und das ist halt was, was interessant ist. Das ist nicht nur ein Barge, sondern das wollen wir sehen. Wir sehen, boah, cool, es wurde bis zum Ende gefightet. Mega knappe Kiste auf jeden Fall. Cool, die Queen hat überlebt. So ein Ding wollen wir doch sehen, oder? Und dann, ganz ehrlich, dann lieber von den Dingern drei Stück, ein Zehn-Minuten-Video, bevor ich dann sage, oh, ich hab zehn Stück und 40 Minuten Gebatsche. So sehe ich das mittlerweile. Rochenbogen, gucken wir uns den Rochenbogen nochmal an. Hier eben wirklich, ich gehe auf zehn, äh, auf zehn, ich gehe auf vier, gucken wir uns das an. Wie gesagt, man freut sich auf jeden Fall. Zumal es nicht mal eine inaktive Base ist. Also da wird's auch nicht so ganz easy. Weil, äh, da oben sehe ich den einen Entfernung. Dort. Und, klar, im Inneren, da, da war das ein bisschen hart. Super Loot, aber wie gesagt, ist nichts, äh, außergewöhnliches halt mehr. Ist auf jeden Fall cool. Äh, dann wird das einen Sinn haben. Ich guck mal kurz rein, der Gerät. Na ja, guck mal, geht ja auch darum, es geht ja nicht nur um die Pokéjagd, sondern es geht ja auch darum, halt, äh, eventuell CW zu machen. Und da ist natürlich klar, ähm, das ist, äh, nicht, nicht der, nicht der Knüller jetzt momentan. Da bist du halt nicht ansatzweise maxed, klar. Ja, logisch, man fängt natürlich auch Rad aus sieben, dann gehst du hoch und dann steht man irgendwo dazwischen. Aber in dem Zwischenstück bist du gerade und da bringst du uns im CW nicht viel. Das, darum geht's einfach. Darum geht's, weil der, äh, Nova hat nämlich probiert, den, äh, wieder mit, mit 20, äh, Membern den CW zu starten. Darum geht's einfach. So, das haben wir fertig. Ich geh hier raus, verlassen. Ich frage bei meinem Clan an, achso, jetzt haben mehrere gefragt, wie ist denn das Clan, äh, oder wie wird das denn geschrieben? Das ist Minus, Punkt, Minus. Und dazwischen noch ein Leerzeichen. Aber hier seht ihr auch nochmal Hashtag. Und hier, ihr seht's auch nochmal. Farmgrenze, 2000 Pokale, da sind wir momentan gerade dabei. Guzoa, zack, der bin ich. So, und das war's aber immer noch nicht. Ich hab natürlich noch einen, und zwar einen Angriffslock. Wiederholen. Was hab ich mir dabei gedacht? Was hab ich mir dabei gedacht? Folgendes. Ich hab gesehen, Dunkles ist nicht wirklich viel, denn brauchst du da nicht angreifen. Ich hab mir gedacht, gut, okay, hier hast du die beiden Lager, dann könntest du noch auf die beiden liebäugeln, und das könnte passen. Dachte ich mir. Und dann dachte ich, naja, eventuell kriegst du sogar noch das Rathaus, aber seht bitte selbst. Hier der Luftfeger hat doch noch eine große Rolle gespielt. Auf jeden Fall. Das hab ich dann gemerkt, da hat er die nochmal weggepustet, das hat man dann doch schon gemerkt. So, Mauerbrecher rein, ganz klare Geschichte, dass ich wirklich schon meinen Weg mit der Queen geebnet habe, und dann ging das rein. Und dann dachte ich mir halt auch, okay, da musst du langsam die Prozente vollbekommen, dass du halt wirklich, wenn du das Rathaus nicht bekommst, dann auch loslegen kannst, dass du die Prozente hast. Und dann hab ich mir gedacht, gut, okay, komm, King hier gedroppt, und ich hatte noch zwei Heiler, und die hab ich dann reingeballert, hab mir gedacht, gut, okay, die Queen kommt damit alleine, klar, kannst du den King erstmal unterstützen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das lief richtig gut, jetzt natürlich auch dann die Heiler nochmal geraged, das läuft natürlich dann auch gut, das ist eine ganz klare Kiste. Und dann haben die sich wirklich ziemlich doll getrennt, ich bin bei 35%, so, hier merke ich jetzt langsam, die Queen-Anzeige wird wieder was low, aber guckt mal hier. King schön hochgeheilt, auf jeden Fall, damit hab ich echt nicht gerechnet, bei den zwei Heilern nur. So, Queen hat sich unten das Gold noch gezogen, so, und dann hab ich die aus Versehen geraged, ich hätte die ein bisschen länger noch gehabt, aber hat nicht weiter gestört, so. Und dann sehe ich hier oben, boah, was, der King ist ja noch voll am Leben. Und dann hab ich da Rage investiert. Queen hat ihr Ding gemacht, da brauche ich dann, da bin ich mir auch schon so sicher, dass ich da wirklich so agieren kann, dass ich sage, komm Queen, alles gut, du machst dein Ding, jetzt kümmere ich mich wirklich in dem Bereich lieber um den King. Und guckt mal, dann kam hier, glaube ich, gleich nochmal ein Rage, weil ich mir dachte, komm, jetzt musst du hier noch was machen. Wenn der dir nicht down geht, könntest du eventuell noch das Gold bekommen. Queen macht hier, zack, zack, und guckt mal, wie gesagt, die Queen arbeitet ganz normal, hier seht ihr halt schön, der King immer noch ein bisschen hochgeheilt, und dann, ja, die Queen hat geregelt halt, und hier dachte ich auch, komm, haust du nochmal ein Rage drauf, aber da war dann halt wirklich die Kanone da, und dann war's Ende. Und dann lief das ganz gut, also wirklich, Loot war in Ordnung, dann halt noch der Liga-Bonus dazu, konnte man nicht meckern, ich glaube, 12 Pokis gab's, seht ihr, also das war ganz in Ordnung, da kann ich mich nicht beschweren. Das war's hierzu, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, und ja, jetzt muss ich mich langsam vorbereiten für den Stream. Ich wünsche euch was, und ihr haut rein, ciao, ciao.